Hallo, heute ist es wieder Lu4u. Das ist ein Intro vor dem Intro, denn ich habe dieses Video vor einem Jahr gedreht. Also dieses Intro hier ist neu, aber das Video, das jetzt gleich kommt, habe ich vor einem Jahr gedreht und ich habe es noch nicht online gestellt. Aus irgendeinem Grund und ich weiß nicht warum. Und deswegen stelle ich es jetzt online und jetzt gehe ich Schnee essen. Hallo, heute ist es wieder Lu4u. Es hat endlich geschneit bei uns und ihr seht, der Schnee ist unberührt. Ich werde jetzt ein Schnee-Video machen und ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Oh mein Gott, wie sieht es aus? Hey, der ist so dick. Ich kann keine Schnee-Bälle machen. Ich konnte es noch nie. Ich konnte es einfach noch nie. Bei uns hat es jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr geschneit, deswegen freue ich mich jetzt einfach so total. Und ich werde jetzt probieren, einen Schnee-Manns-Bauen. Ein kleiner. Auf dem Tisch. Oh mein Gott. Ich habe eine eigenartige Art, Schnee-Männer zu bauen. Nee. Ich mache nur woanders. Ich mache nur Schnee-Mann woanders. Ich muss den Rollen. Boah, scheiße, das ist so krallig. Ich glaube, ich mache jetzt ein Schnee-Ingen. Ah, ist das kalt. Ah, ist das kalt. Ah, das sieht ja noch nicht mal gut aus. Doch. Oh, ich lag auf dem Stock. Ah. Was? Ah. Ich hole mir Handschuhe. Ah. Ich mache Handschuhe. Ah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020